Da wollte ich mir gerade einen kleinen Snack vor dem PC gönnen und dann passiert sowas. Wie soll ich denn so weiterarbeiten? Zum Glück haben wir gerade die Minispülmaschine Bob von Darenteig im Büro. Schaut dazu auch gerne unser erstes Video. Hier ein paar Vorteile, die wir beim Test sehr praktisch fanden. Auch ohne klassischen Wasseranschluss kann Bob dank einem integrierten Wassertank und einem Abwasserschlauch flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel auf Reisen im Camper. Das Befüllen dauert zwar eine Weile, der Standardzyklus benötigt 3,8 Liter, spart aber eine Menge Wasser gegenüber dem Spülen von Hand. Die mitgelieferte Bob-Kassette enthält ein All-in-One-Spülmittel für 30 Tage inklusive Reinigungslösung gegen Kalkstein. Optional werden neue Kassetten in eure Adresse geliefert, wenn das Spülmittel fast leer ist. Das erkennt Bob per WLAN-Verbindung, so können auch LED-Farbe, Anzeigebild und Signalton angepasst werden. Eine App-Steuerung gibt es aber leider nicht. Ah, das war's auch schon. Das Geschirr und meine Tastatur sind wieder sauber, dann kann's ja weitergehen. Übrigens, wirklich viel geht ja nicht in den kleinen Kasten rein. Und in 90 Minuten habe ich die Partelle auch von Hand gespült. Aber was meint ihr? Wärt ihr in eurer kleinen Küche so verzweifelt, dass euch auch diese Mini-Lösung gerade gelegen kommt? Oder greift ihr weiter selbst zum Schwamm? Eure Meinung würde mich da wirklich interessieren. Folgt uns auch gerne für weitere Technik-Videos.